Musik Herzlich Willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Menschen unheilbar krank sind und wenn ihre Lebenszeit verkürzt ist, dann brauchen sie eine besondere Behandlung und in dieser Behandlung geht es dann nicht mehr so sehr um Heilung, sondern es geht um die Verbesserung der Lebensqualität. Für sie, für diese Patienten eignet sich eine palliative Therapie. Bei mir ist Dr. Wilfried Grote, er ist Oberarzt Onkologie in der Abteilung für Gastroenterologie und allgemeine innere Medizin an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Grote. Sehr gern. Sie haben ja viele solche Patienten, von denen ich gerade gesprochen habe. Was genau heißt palliative Behandlung? Eine palliative Behandlung bedeutet, dass unabhängig von dem Erkrankungstyp wir eine Erkrankung vorliegen haben, wo die, die das Leben des Patienten begrenzen wird, eine Erkrankung, die wir nicht heilen können. Das bedeutet eine palliative Therapiesituation. Das heißt, wir haben eine Therapiesituation, wo wir durch die Therapie versuchen, die Erkrankung aufzuhalten und, und das ist mir ganz wichtig, es geht nicht nur ums Aufhalten, sondern es geht auch darum, dass möglichst es dem Patienten in der Zeit, die ihm bleibt, möglichst gut geht. Diese beiden Ziele versuchen wir durch eine palliative Therapie zu erreichen. Was für Erkrankungen haben denn Ihre Patienten? In der Onkologie behandeln wir Krebserkrankungen. Das heißt, jede Art von Krebs? Jede Art von Krebs, das heißt sowohl Leukämien, also Krebs vom Blut, als auch Krebserkrankungen von soliden Organen, wie zum Beispiel Leber- oder Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Lassen Sie uns ein Beispiel Patienten überlegen. Zum Beispiel Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Das bedeutet ja dann häufig auch schon Metastasen in anderen Organen. Fernmetastasen nennen Sie das. Wenn Sie sich so einen Patienten vorstellen, was hätte der schon hinter sich auf seinem Therapieweg? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt ja leider die Corona-Zeit und viele Menschen sind nicht zur Vorsorgeuntersuchung gegangen und deswegen sehen wir im Augenblick vermehrt fortgeschrittene Tumor-Stadien. Das heißt, die Patienten, denen ist noch gar nicht bewusst, dass sie eine fortgeschrittene Tumorerkrankung haben. Die kommen zu uns zur, wie wir das nennen, Primärdiagnostik. Das heißt, es wird erst erkannt und festgestellt, wie weit die Erkrankung vorliegt. Und dort sehen wir dann, dass leider die Erkrankung nicht begrenzt ist auf eine Stelle, wo zum Beispiel der Chirurg tätig werden könnte, sondern dass die Erkrankung bereits mit ihren Zellen in den Körper hinein gewandert ist und dann auch schon zum Teil Absiedlung gesetzt hat. Das ist im Augenblick ein großes Problem. Ja. Dieser Patient, den sehen Sie ja nicht am Anfang seiner Therapiekarriere, nenne ich das jetzt mal, sondern der hat ja dann schon einige Behandlung hinter sich, oder? Also den Patienten, den ich gerade skizziert habe, der steht am Anfang seiner Therapie. Das heißt, der hat zum Beispiel einen Darmkrebs entwickelt, der leider nicht rechtzeitig erkannt worden ist. Das heißt, dass die Vorsorgeuntersuchung, die Vorsorgeuntersuchungen sind im Augenblick sehr rückläufig, die Zahlen der Vorsorgeuntersuchung. Der ist nicht zur Vorsorgeuntersuchung gegangen. Es ist nicht rechtzeitig entdeckt worden. Der Krebs ist im Darm weiter gewachsen. Irgendwann dann haben sich einzelne Zellen auf den Weg gemacht und sind mit dem Blutstrom in zum Beispiel die Leber hinein gewandert und haben Lebermetastasen entwickelt. Die Leber ist typisch dafür, ne? Die Leber ist ein bevorzugter Ort. Das ist die erste Filterstation im Kreislauf, durch die die Krebszellen passieren müssen. Und die Darmkrebszellen siedeln sich gerne in der Leber an. Die zweite Filterstation wäre dann die Lunge. Nun, glaube ich, in diesem Stadium. Versucht man da noch kurativ zu sein? Also ist da das Ziel noch die Heilung? Wenn einzelne Lebermetastasen gesetzt worden sind, dann wäre das Ziel noch immer eine Heilung. Ja, dies kann man operieren. Man kann einzelne Lebermetastasen entfernen. Das wäre dann eine Situation, die man zunächst auf einer Tumorkonferenz besprechen würde. Zusammen oder jeden Patienten würden wir auf einer Tumorkonferenz besprechen, egal in welchem Stadium er zu uns kommt. Wir würden das auf der Tumorkonferenz mit den Kollegen der anderen Fachrichtungen, das sind bei uns insbesondere die Chirurgie, und wir würden das auch mit einem Strahlentherapeuten besprechen. Natürlich muss der Radiologe mit dazu kommen, der die Bilder macht. Wir würden diese Bilder gemeinsam angucken und würden gemeinsam festlegen, was für diesen Patienten die geeignetste Therapie ist. Wenn wir jetzt beim Beispiel der Lebermetastasen bleiben, dann kann es sein, dass der Chirurg sagt, da ist eine einzelne Metastase, die kann ich sehr gut wegoperieren. Und dann würde er hergehen und würde erst diese Lebermetastase zum Beispiel operieren und dann in einem zweiten Schritt den Ausgangsherd am Darm operieren. Und dann würde er wieder in die Tumorkonferenz kommen, würde sagen, das und das sind die Befunde. Der Pathologe, der sich das zwischenzeitlich angeguckt hat, der würde auch mit in die Tumorkonferenz kommen und würde das noch mal bestätigen. Und dann würden wir wieder gemeinsam festlegen, ob dieser Patient eventuell dann in einem zweiten Schritt noch eine zusätzliche Chemotherapie benötigt, mit dem Ziel dann eine Wiederkehr des Krebses aufzuhalten beziehungsweise möglichst zu verhindern. Ja, das hört sich für mich immer noch an nach dem Ziel der Heilung. Das wäre das Ziel der Heilung in dieser Situation. Wann beginnt denn die palliative Therapie? Wenn wir jetzt bei den Lebermetastasen bleiben würden, dann wäre irgendwann, wenn dort mehrere Metastasen da sind, dann gibt es einmal einen Bereich, wo der Chirurg sagt, das ist so grenzwertig für ihn operierbar. Dann hätten wir das Ziel, dass wir mit einer Chemotherapie versuchten, oder ich muss sagen, besser Systemtherapie, weil wir machen gar nicht mehr reine Chemotherapien, sondern wir machen mittlerweile, kommen wir immer weiter weg von der Chemotherapie, wir machen immer mehr Systemtherapien. Dann würden wir versuchen, durch eine Systemtherapie den Krebs zurückzudrängen und dann in einem zweiten Schritt den Chirurgen noch einmal befragen, wenn uns das gelungen ist, den Chirurgen befragen, ob er jetzt in einem zweiten Schritt eventuell doch noch eine Operation durchführen kann. Diese Operation hätte rein formal das Ziel, den Patienten von seinem Krebs zu befreien. Aber wir wissen, dass das Risiko in dieser Situation, dass der Krebs wiederkommt, sehr, sehr hoch ist, sodass man in dieser Situation eigentlich schon von einer palliativen Therapie sprechen muss. Das wäre dann eine Situation, wo man durch die Operation versuchen würde, den Krebs so weit wie möglich zurückzudrängen, um eine Zeit für den Patienten zu gewinnen, wo er keiner Therapie bedarf. Wir haben aber immer im Hinterkopf, dass der Krebs mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wiederkommen wird. Das heißt, wir würden ihn in dieser Zeit sehr engmaschig überwachen und müssten dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Krebs wieder auftaucht, und dieses später wieder auftauchen. Das können nur wenige Monate eventuell sein, können aber auch einmal Jahre sein. Ich hatte jetzt erst einen Patienten, wo leider erst nach fünf Jahren der Krebs wiederkam, Gott sei Dank erst nach fünf Jahren wiederkam, leider, dass er überhaupt wiedergekommen ist. Wir dachten schon alle, jetzt haben wir es geschafft und der Krebs kommt nicht wieder. Aber er ist dann leider doch wiedergekommen, dann allerdings nicht in der Leber, sondern dann kam er in der Lunge wieder. Das heißt, wir sprechen dort von sehr langen Zeiten, die wir den Patienten begleiten, sehr lange Zeiten, durch die wir gemeinsam mit dem Patienten begehen. Das sind Zeiten, wo einmal eine Operation erforderlich werden kann. Das sind Zeiten, wo wir einmal wieder eine Systemtherapie, also nicht Chemotherapie, sondern Chemotherapie plus Immuntherapie plus Angiogenese, Antikörpertherapie durchführen und dann eventuell wieder eine Pause machen, wo der Patient, ich sag mal, fast normal leben kann. Er muss zu den Kontrollen kommen. Ja, es kann sein, dass die Operation einen Zustand herbeigeführt hat, wo er nicht so fit ist, wie er vorher vor der Erkrankung gewesen ist. Ja, aber er kann eigentlich im Wesentlichen normal leben und dann, wenn der Krebs dann wiederkommt, dann ist wieder eine Therapiephase da, wo wir wieder intensiver miteinander zu tun haben und wo wir dann wieder eine Therapie machen, leider machen müssen. Genau. Und dieser Punkt könnte doch dann einer sein, wo es nicht mehr darum geht, die Krebsherde zu behandeln, sondern die Auswirkungen davon. Also so stellt man sich ja palliative Medizin vor, dass sie eigentlich die Symptome mehr behandeln oder irre ich mich da? Palliativ heißt, kommt ursprünglich aus dem Lateinischen wie so vieles und heißt Pallidum. Das ist der Mantel oder der Umhang. Das heißt, diese etwas bildlich gesprochen versuchen wir durch eine Palliativtherapie den Patienten vor den Unbillen der Umgebung zu schützen. Das ist ganz allgemein gesagt. Wenn wir von Palliativtherapie sprechen, dann ist das die Therapie, wo wir wissen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Heilung erreichen können. Das bedeutet das. Davon abzugrenzen ist die Palliativmedizin. In der Onkologie machen wir eine palliative, aber krebsgerichtete Therapie. Das heißt, wir versuchen mit unserer onkologischen Therapie den Krebs irgendwo einzuschränken, zurückzudrängen oder zumindest in seinem Wachstum aufzuhalten. Das ist das, was wir in der Onkologie mit Palliativtherapie meinen. Keine Heilung, aber aufhalten. Aufhalten über Monate, viele Monate bis zu Jahren. Das kann über sechs, sieben und noch mehr Jahre gehen, dass man so eine Erkrankung mitgepleitet. Davon abzugrenzen ist die Palliativmedizin oder die Palliativmedizinische Therapie. Das ist eine Therapie, die steht am Ende so eines hoffentlich langen Weges, wo man dann sagt, mit einer krebsgerichteten Therapie kommen wir nicht mehr weiter. Der Krebs ist mittlerweile so resistent geworden, so aggressiv geworden, dass er auf unsere Therapie nicht mehr anspricht. Und dann ziehen wir uns mit unserer Therapie zurück. Das wird immer weniger und immer wichtiger wird es, dass es dem Menschen möglichst gut geht und dass man an Beschwerden, die er eventuell aufgrund der Krebserkrankung entwickelt hat, dass man dort versucht, ihm weiter zu helfen. Ja, was für Beschwerden können das dann sein? Ganz, ganz unterschiedlich. Man muss sagen, im Regelfall, Gott sei Dank, passiert fast nichts. Also so der Standardvorstellung oder das, was einem immer durch den Hinterkopf geht, wenn man eine Krebserkrankung hat, dass irgendwo eine Phase auftreten muss, wo ganz schwere Schmerzen auftreten, das ist fast nie der Fall. Und man muss auch sagen, gegen Schmerzen gibt es Gott sei Dank gute Medikamente. Sprich, dort kann man eine gute Schmerztherapie machen. Leider keine Schmerztherapie, wo man mit einem Klack die Schmerzen von jetzt auf sofort abschalten kann. Aber man kann eine Therapie machen, wo man zumindest dafür sorgen kann, dass die Schmerzen erträglich sind, dass man Leid lindert. Das kann man eigentlich fast immer erreichen. Da läuft meistens irgendwas schief. Wenn jemand über längere Zeit schwere Schmerzen ertragen muss, dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Das kann ganz viele Ursachen haben, aber das sollte sich eigentlich vermeiden lassen. Und auch da wieder, wenn so ein Zustand eintritt, gibt es viele Möglichkeiten. Die müssen dann wieder auf einer Konferenz, auf der Tumorkonferenz besprochen werden. Und dann muss man gucken, was für eine Schmerztherapie, um bei dem Bleispiel zu bleiben, man durchführt. Das kann sein, dass man zu einem Morphin, zur Morphin greift. Das kann sein, dass man nochmal einen Chirurgen bittet, dort für eine Entlastung zu sorgen. Wenn zum Beispiel der Krebs auf eine Nerven draufdrückt und das die Schmerzen verursacht, kann man den Chirurgen bitten, dass er dort für eine Druckentlastung sorgt. Was Sie ja tun, als Leiter der Tumorkonferenz. Das mache ich. Ich leite die Tumorkonferenz, aber das sind alles unabhängige Menschen, die mir sehr genau sagen, wo es lang geht und was sie für vernünftig halten oder was sie nicht für vernünftig halten. Das heißt, da wäre dann der Chirurg noch einmal gefragt. Kann auch sein, dass wir den Strahlentherapeuten bitten, auf eine Stelle, wo der Schmerz entsteht, noch einmal zu bestrahlen. Denn wir haben jetzt gerade die Tage einen Patienten zur Schmerztherapie geschickt. Der hatte im Bereich der Hüfte eine Absiedlung, die ihm dort große Schmerzen bereitete. Es war so, dass er nicht gelagert werden konnte, also sich nicht im Bett hin und her drehen konnte vor Schmerz. Und das war auch durch Morphin nur ganz schwer einzustellen, dieser Schmerz. Der ist zur Bestrahlung gegangen und hat dort seine Strahlentherapie erhalten und konnte anschließend wieder in seine Wohnung nach zu Hause gehen und musste nicht in ein Pflegeheim geschickt werden und musste schon gar nicht ins Hospiz geschickt werden, sondern ich hoffe, dass der jetzt erst noch einmal wieder eine Weile zu Hause hat. Sehr erfolgreich ist das Ganze gewesen. Das ist ja eine gute Nachricht zum Schluss. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!